Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und was ist mit Dänemark? Mit Mama? Du wolltest sie doch fragen Deine Mama und ich müssen noch ein paar Sachen klären, bevor du einfach losfahren kannst Ich wünschte, du könntest verstehen, wie leid mir das tut Eski! Da ist sie, Trinidad Sie geht immer in die Schule und verteilt Süßigkeiten an die Kinder Dann nimmt sie sie mit nach Hause und kocht sie in dem Ding da Eine Colin A-Jug, mindestens 40 Fuß lang Eher 42 Wohin willst du denn fahren? Ich dachte an Trinidad Was willst du? Ich will mitkommen! Wenn ich mit dir nach Dänemark fahren könnte, dann Nimm mich mit Mama Das kann ich nicht, mein Junge Wenn ich einfach auftauche bei ihr und klopfe Glaubst du, sie würde mir aufmachen? Glaubst du, sie würde mir aufmachen? Ja! Ha ha!